Hallo, ich begrüße euch zum zweiten Teil von Miss Käfer Abenteuer. Eigentlich sollte das hier auch kurzes Abenteuer sein, aber okay, ich weiß jetzt auch nicht weiter. Warte mal, vielleicht. Moment, mir ist gerade was auffallen. Es ist doch bestimmt eine letzte Folge schon aufkommen, seid ehrlich. Ähm, wenn es da ist, bei Nacht gehen die Spine... Warte, jetzt gucke ich woanders raus. Nö, aber die Spine sind weg. Aha, okay. Ach so, einfach wäre es gewesen. Was denkt so kompliziert? Sollen wir doch mal ein paar Trainer machen? Ja, ich verstehe. Ja, wir fangen die Insekten auf ein Zellweinsbisch. So, die Mutte sind weg. Und jetzt? Es hängt jetzt am Licht. Okay, weiter geht's. Das ist Münz. Mann, Mann, wenn ich die Münze so hilf, kommt die Lebelle runter. Ich nehme alles, ist die Lebelle. Aber in dem Moment kann ich nichts steuern. Aber ich vermute nur, ich muss rein die ganze Münze geben. Einfach so, weil ich es für richtig bin. Keine Ahnung. Vielleicht fällt dann das nicht schon, oder? Ja, die habe ich noch. Ich bin gespannt. Und hier ein Grund, warum die Münze alles sammelt. Aha, siehst du. Das heißt, mir fehlt noch die Münze, oder? Der Magnet. Der Schlüssel. Du musst irgendwo noch eine Münze holen, Ernsthaft. Ne, die Schlüssel nimmt sie auch. Gut, der glitzert auch. Also, das ist jetzt für einen Sinn, Kat. Aha. Fernglasbrücke. Ja, danke, dann gehen wir über die Brücke, komm. Aha. Sehr nice. Ist schon irgendwie, irgendwie bin ich es cool gemacht. Und was? Was ist denn das? Blumendünger? Okay. Gelb, blau, rot, grün. Ich habe aber nur noch einen Magnet. Das bedeutet, irgendwo habe ich was übersehen. Bist du nicht wo? Bist du nicht wo? Ich habe mir das Mona gesehen. Ich habe mich übersehen. Oh. Das ist ja noch die Meinin. Ich habe mir überhaupt keine Ahnung. Das ist ja noch nie. Wir haben uns da, wo ist das Wasser. Ich kann mir, neighbor mal. Oh. Und das ist ja noch nie. Ich habe mir, oder? Ich habe mir für mich über diese Erinnerung. Ich habe mich über die Arbeit. Ah, bei rot kommt die Kuchel. Das heißt, ich könnte mal roh die Blumen holen. Tatsächlich. Kann man ganze Blumenstrauß machen. Bringt man das aber was? Grün und rot gibt es wieder? Äh, watsch. Bringt man das aber was? Okay. Nur grün hatte ich aber schon. Vielleicht brauche ich auch jede. Ich habe jetzt orange, rot, grün. Oh, ich weiß nicht. Warte mal, da kommt rot. Und wenn ich jetzt blau dazu mache. Oh, ich weiß nicht. Musik Weil beim Blumedünger hat ja auch eh nicht gefehlt, ich hab keine Ahnung, probieren wir es einfach durch. Eie, der Klaus, ich hab jetzt so ziemlich ewig rum experimentiert, aber ich hab doch in der Ferne rausgekriegt. Egal, wie dem auch sein, wir probieren es, wenn nicht, probieren wir es noch rumholen und versuchen uns das irgendwie abzuspeichern. Warum die ganze Stehlohenke, ne? Das sind mehr Rätsel. Krieg ich mal am Schluss vielleicht raus. Witzig gemacht finde ich es irgendwie schon. Und was? Das ist wohl was komplett anderes. Okay, warte. Willi, nehmen wir mal. Keine Ahnung. I don't know. Nee? Nee, du regst mich auf, klar? Ach nee. Boah, wenn das jetzt genau die war, wo ich nicht hinkriegt, hab ich grüße. Eine blumige Passage. Okay, dann passagieren wir doch drüber. Alles rutsche. Ach nee, komm. Boah, was ist denn das für ein Vieh? Du hast den Pilz. Jeder durchzieht. Was fähre ich denn jetzt? Jetzt hab ich ja noch einen Magnetenbruch. Warte, da kann ich mal irgendwas mit Magnet machen. Irgendwie muss ja funktionieren. Da kann ich den Dünger durchreißen haben. Nun kann das Vieh vergiften. Du hängt ein Lambio. Muss ich da irgendwie Licht machen? Ich möchte jetzt kein Dreivolgen von dem bringen. Kurzes Abendröher des Käse. Aber ja, wenn ich dann doch so rumräten muss. Ich dachte, das wäre jetzt die Lösung. Also ausschalten. Eis haben wir da gar nichts in dem Leben. Wo ist das Licht aus jetzt? Es blinkt nur. Egal, was ich rufträgt. Warte mal. Du kommst, du Mut. Moment. Kann es sein, dass sie jetzt von der Spin gefressen wird? Und ich dann an den Pilz kann? Ah. Okay. Dann nichts wenig. Dann nimmst du mich in Ruh. Rügt. Ne, oder? Das klaut, wie ich dir bin. Und du dir nirgst, sieh mal nie weh. Also ich drücke nichts, ich glaube, er geht von ganz allein. Und da doch nicht. Ist doch jetzt nicht wahr. Es war noch so ein kleiner Special-Effekt. Wie gut man da bin. Ach so. Oh. Oh, so. Oh. 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 Okay, jetzt bin ich wieder da. Aber wo die Hiegflore ist, weiß ich nicht. Warte mal, ich klopfe nochmal ab. Uff, das ist doch jetzt nicht vormusend, das blöde Vieh in Sie. An die Flasche komme ich durch diese grüne Tür, so wie das aussieht. Ne. Habe ich irgendwo noch nicht geklopft? Ich habe nicht gesehen, wo sie hier ist. Eigentlich kannst du ja nur du sein. Hä? Deshalb wird es wohl nicht vormusend sein. Eieieieieieieiei. Warte mal, vielleicht... Müsse mal... Jetzt ist... Moment. Jetzt ist Nacht, oder? Verwachsen, Herr Pilzer. Vielleicht müssen wir auf Regen umstellen. Uuuuuh, ist richtig riesig. Mal probieren's. Tatsachen. Okay. Guck mal, wie die jetzt aus dem Boden schießen. Okay, da ist er. Wir finden da jetzt eh. Zuhause ist dort, wo das Herz ist. Ach, das ist schön. Das konnte er seine Familie versorgen. Hergestellt von Snorra ist er. Okay. Interessant. Ja, war ein kurzes, witziges Abenteuer. Und auch so ein bisschen seine Herausforderung hat. Aber okay. Finde ich, fand es ganz witzig gemacht. Ich danke euch fürs Zusehen für eure Zeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon hält. Und bis bald. Tschau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über ein Like und Abo freue ich mich natürlich. Und ein Kommentar ist immer sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.